Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen in dieser Folge. Eine unkomplizierte und selbstbestimmte Geburt, das ist sicherlich der Wunsch von jedem Paar, welches kurz vor der Geburt steht. Und wie du oder ihr das vielleicht auch sogar realisieren könnt, obwohl das natürlich ein Ereignis bleibt, was unplanbar ist, das erkläre ich dir in diesem Video. Viel Spaß dabei! Eine selbstbestimmte Geburt bedeutet, dass die eigenen Wünsche, Vorstellungen zumindest respektiert, wenn nicht sogar auch umgesetzt werden während des Geburtsvorgangs. Dass das nicht immer der Realität entspricht, ist längst in der medialen Präsenz angekommen und in der vernachlässigten Form sogar als Gewalt unter Geburt bekannt. Dazu habe ich übrigens auch schon ein bis zwei Videos gemacht, dürft euch gerne hier einmal anschauen. Wie kann man also schon vor der Geburt dafür sorgen, dass nach Möglichkeit die eigenen Wünsche umgesetzt werden und man eine selbstbestimmte Geburt erleben darf? Und da möchte ich dir gerne meine fünf Tipps mit auf den Weg geben. Tipp Nummer eins ist vielleicht auch der wichtigste Tipp, ist sich eine Beleghebamme zu suchen nach Möglichkeiten. Beleghebammen begleiten dich vor, während und nach der Geburt und sind damit super Ansprechpartnerin in all deinen Fragen. Es ist eine ganz individuelle Betreuung und was man auch in Studien aus Nordrhein-Westfalen zum Beispiel gesehen hat, Hebammen geführte Geburten sind interventionsärmer und deswegen auch weniger traumatisierend für Mutter und Kind und Partner oder Partnerin. In dem Sinne, Beleghebammen sind rar gesät in Deutschland. Wir haben einen absoluten Hebammenmangel und dadurch natürlich auch Beleghebammenmangel, auch aufgrund der horrenden Versicherungssummen, die die da abdrücken müssen, um überhaupt Geburten machen zu dürfen. In dem Sinne, wenn du eine Beleghebamme dir suchen könntest oder kannst, solltest du das unbedingt tun. Das ist mit der wichtigste Tipp in dieser Reihe. Zweiter, ganz, ganz wichtiger Punkt und den darf man wirklich nicht unterschätzen, ist das Wissen. Wissen über die physiologischen Abläufe einer Geburt bringt eben nicht nur eine Menge Sicherheit mit sich, sondern hilft eben auch, die Interventionskaskaden niedrig zu halten, weil du zu jedem Zeitpunkt weißt, was jetzt als nächstes passiert. Und das Beste daran ist, du kennst natürlich dadurch auch deine Rechte viel besser. Du weißt also, in welcher Situation was zu tun ist und vielleicht auch nicht. Außerdem hat man gesehen, gut aufgeklärte und gut präventiv vorbereitete Frauen und Paare haben weniger Interventionen zu erwarten und dadurch natürlich auch weniger Komplikationen. Evidenzbasierte Aufklärung, Stillvorbereitung, Geburtsvorbereitungskurse gibt es auch barrierefrei zu jeder Zeit und an jedem Ort abrufbar auf der Plattform www.richtigwissen.de. Geburtsvorbereitungskurs zum Beispiel auch mit meiner Beteiligung zusammen mit zwei Hebammen habe ich da ein wunderschönes und komplettes Paket zusammengeschnürt, wo man wirklich von Schritt 1 bis zu allen Eventualitäten einer Geburt alles bespricht. Und damit seid ihr wahnsinnig gut vorbereitet. Könnt ihr gerne mal auf www.richtigwissen.de vorbeigucken. Dritter wichtiger Tipp ist der Geburtsort. Wo geht es hin, wenn es losgeht? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, denn der Geburtsort und vor allem das Personal dort vor Ort bestimmt ja quasi auch ein Stück weit den Ablauf der Geburt. Denn die begleiten euch, sind zu Gast bei eurer Geburt und dementsprechend natürlich auch die, die verantwortlich sind für eventuelle und etwaige medizinische Interventionen. Den Geburtsort vorher zu durchleuchten ist natürlich enorm schwer. Da hilft Mundpropaganda, die beste Freundin, eine Verwandte, die vielleicht in der Klinik oder dem Krankenhaus entbunden hat, ob die zufrieden war oder eben nicht. Das hilft natürlich, auch wenn das selbstverständlich sehr subjektive Empfindungen sind. Was immer eine gute Idee ist, sind sogenannte Kreißsaalführungen. Ob das jetzt das Geburtshaus ist oder die Klinik, das Krankenhaus um die Ecke. Kreißsaalführungen ermöglichen dir einen kleinen Einblick in die Räumlichkeiten. Fühlst du dich da potenziell wohl? Und vor allen Dingen guck dir auch das Team mal ganz genau an, wie die miteinander umgehen, wie das Spirit ist, was du für ein Bauchgefühl hast, ob da ein gutes Klima herrscht oder eben eher eine angespannte Atmosphäre. Und dann ganz wichtig, Fragen stellen. Frag auch mal ungewöhnliche Fragen, wie zum Beispiel, ist denn eigentlich eine Wannengeburt möglich? Was macht ihr bei einer Beckenendlage? Kann ich da auch vaginal gebären? Frag auch mal was ganz Außergewöhnliches. Muss ich die ganze Zeit CDG-Kontrolle haben während der Geburt? Und du findest dann ja raus bei den Antworten, ob das schon so ein bisschen pieksiger ist oder ob da jemand wirklich sehr offen ist und sagt, ach, wir machen eigentlich alles möglich, solange es medizinisch vertretbar ist. Das sind doch so Aussagen, mit denen kann man doch gut arbeiten. Man weiß, hier wird alles ermöglicht, außer es gibt wirklich einen triftigen medizinischen Grund, der dagegen spricht. Mein persönlicher Tipp für ein Geburtsort, ob das jetzt zu Hause ist, im Geburtshaus, im Kreißsaal, in der Klinik, sind Hebammenkreissäle. Hebammenkreissäle kannst du dir so vorstellen. Das sind im Prinzip Kreissäle, die an eine Klinik oder an ein Krankenhaus angebunden sind, aber Hebammen geführt sind. Wenn es also alles unkompliziert und gut läuft, siehst du auch niemals ärztliches Personal um dich rum. Wenn es aber Komplikationen geben sollte, wo Ärztin oder Arzt notwendigerweise kommen müssen, sind die auch schnell vor Ort. Es ist also so eine Mischung zwischen der heimlichen Atmosphäre einer Hebammen geführten Geburt und der Individualität einer solchen und eben der Möglichkeit eines Notfallmanagements oder notfallmedizinischen Backups, was man hat. Und deswegen ist das auch mein persönlicher Tipp. Hör dich mal um, ob du Hebammenkreissäle in der Nähe hast. Vierter wichtiger Tipp ist der Geburtsplan. Das klingt immer ein bisschen abstrakt, denn Geburt ist nicht planbar. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und trotzdem hilft es, auf Blatt Papier oder ins iPad oder wo auch immer, das alles mal zusammenzufassen, was man sich selbst eigentlich wünscht, welchen Ablauf man sich auch wünscht. Erstens ist das ganz wichtig für die mentale Einstellung, dass du also so einen kleinen Fahrplan hättest, den du natürlich aber nicht dogmatisch umsetzen musst auf Teufel komm raus. Sondern du weißt ganz genau, das wäre mein Wunsch. Ich habe aber in Punkt 2 oder Tipp 2 ja auch gelernt, wie es anders laufen könnte. Und diesen Geburtsplan, den solltest du vielleicht auch schon mal im Vorfeld dem ärztlichen Personal bzw. dem Hebammenpersonal vorlegen und auch einfach mal gucken, wie die reagieren. Auch zum Beispiel ein guter Tipp bei so einer Kreißsaalführung. Was ist denn mit Geburtsplänen? Werden die hier respektiert? Und an dieser Reaktion merkt er ja auch schnell, ob hier ein Interesse daran besteht, den Geburtsplan oder den Wunsch dieses Geburtsablaufs wahrzunehmen und zu entsprechen. Oder ob das als lächerlich abgetan wird. Auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wenn man mal so eine Kreißsaalbesichtigung macht. Natürlich ist so ein Geburtsplan nie eine Garantie für den reibungslosen Ablauf. Aber es zeigt auch dem Personal, mit wem man es da zu tun hat. Wenn man also einen Geburtsplan in eine Klinik bekommt und liest den sich durch, dann weiß man ja auch ganz genau, wie das Paar einzuschätzen ist, was dort dann bei der Geburt zu Gast ist. Also ist das auch für das ärztliche Personal und auch für das Hebammenpersonal ganz, ganz hilfreicher Aspekt, so einen Geburtsplan mit dabei zu haben. Natürlich haben die jetzt keine Zeit, sich drei Seiten mit Schriftgröße 8 durchzulesen, während du mit Blasensprung und Wehen in den Kreißsaal kommst. Aber auf einer knappen DIN A4 Seite zusammengefasst, was du so für Aspekt hast, ist sicherlich für alle machbar. Fünfter wichtiger Tipp und das wird auch oft ins Lächerliche gezogen, ist Partnerinnen und Partner mit einbeziehen. Erstens, auch in diesem Wissensaspekt, also auch die Begleitperson sollte wissen, wie was abläuft, auch einfach um für dich während der Geburt einzustehen, wenn du quasi in deinem Geburtstunnel bist und eben nicht gerade dich noch argumentativ wehren willst, sondern eben jemanden an deiner Seite weist, die oder der sich sehr, sehr gut auskennt mit den Rechten und mit den Abläufen. Es bestärkt natürlich unglaublich, wenn man eine Geburt als Team bestreitet, denn so eine Schwangerschaft ist ja irgendwie auch Teamwork gewesen und eine Geburt sollte es eben auch sein. Zumal du als Gebärende wahrscheinlich nicht in der Lage bist, jetzt irgendwas außerhalb deines Tunnels wahrzunehmen. Diese Person steht dann für dich ein. Das waren meine fünf Tipps zum Thema selbstbestimmte Geburt. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Lass es mich doch bitte mit einem Abo da oder schreib mir in die Kommentare, welches Videothema dich vielleicht noch interessieren würde. Und ganz zum Schluss bleibt nur zu sagen, schau dich gerne mal auf der Plattform www.richtigwissen.de um. Da gibt es, glaube ich, für alle rund um die Familiengesundheit ein Thema, was sie interessieren könnte. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Viel Spaß bis dahin und tschüss. Bis zum nächsten Mal.